Ich habe einmal einen Film über einen Wycliffe-Bibelübersetzer gesehen, der 20 Jahre seines Lebens bei einem indigenen Volk in einer Bergregion der Philippinen arbeitete. Es gelang ihm, das Neue Testament für sie zu übersetzen. Das war das erste Mal, dass ihnen das Wort Gottes zur Verfügung stand. Und als er dort wegging, gab es nur eine Handvoll Christen. Er ließ Gottes Wort bei ihnen zurück. Der Film zeigte dann, wie er viele Jahre später mit einem alten, schrottreifen Helikopter zu ihnen zurückkehrte. Er landete in diesem Bergland auf einem grasbewachsenen Hügel, und alle Hügel rundherum, soweit man blicken konnte, waren voller Menschen, die gekommen waren, um ihn zu begrüßen. Als er zurückkam, gab es in diesem Volk 200 Kirchen und 20.000 Christen. Ich habe überall nach diesem Film gesucht, aber ihn leider nirgendwo mehr gefunden. Aber ich erinnere mich noch heute daran. Das war der Einfluss, den Gottes Wort auf dieses indigene Volk hatte. Und Freund, es wird auch in Ihrem Leben über Krankheit, Angst und Depressionen siegen. Sie müssen es nur in den Boden Ihres Herzens aufnehmen.